Hallo Freunde, Willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein neues Video für Sie teilen. Es gibt eine neue Neuigkeit von unseren erfolgreichen Spielern Özgeyagiz und Göckberg Demetschi, die jeder liebt. Bevor wir zu unserem Video gehen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, unser Video zu liken, unser Video zu teilen und uns zu unterstützen. Wie die berühmte Schauspielerin Özgeyagiz träumen viele junge Menschen davon, berühmt zu werden. Er ist eine wahre Inspiration und hinterlässt mit seiner harten Arbeit und seinen großartigen Projekten Spuren. Lassen Sie uns nun über Özgeyagiz sprechen, der nicht nur in der Türkei, sondern auf der ganzen Welt ein Superstar ist. Ihre Projekte sind wie ein Magnet für Ihre Fans und sie ist ein faszinierender Punkt in den sozialen Medien. Haben Sie sich Ihre Videos darüber angesehen, was Luxus wirklich bedeutet? Er teilte sogar seine Gedanken mit und gab uns das Gefühl, mit einem Freund zu plaudern. Bewiesen, dass es das größte Geschenk ist, man selbst zu sein. Özgeyagiz hat einen guten Rat für jeden, der von einem extravaganten Leben träumt. Sei einfach, sei cool, sei du selbst. Ist es kein Luxus, sich auszudrücken, ohne etwas anderes zu brauchen, und zu sagen, hey, ich bin hier. Sein Artikel über Ehrlichkeit zu sich selbst erregte große Aufmerksamkeit. Es geht nicht um die ausgefallenen Dinge, sondern darum, anzunehmen, wer man ist. Das ist wahrer Luxus und goldener Ratschlag für uns alle. Vielen Dank, dass Sie uns beobachtet haben. Ich hoffe, wir sehen uns in neuen Videos. Bleiben Sie dran!